98% aller meiner Zuschauer auf YouTube haben das folgende Problem. Und zwar auf der einen Seite verachten und hassen sie andere Menschen oder finden diese einfach nur blöd und unerträglich. Und auf der anderen Seite sind sie einsam wie Sau, wünschen sich nicht sehnlicher als soziale Kontakte und jemanden, mit dem sie sich gut verstehen können. Tja, auch ich habe mich mit dieser Frage beziehungsweise diesem Problem lange Zeit herumgeschlagen. Um ganz genau zu sein, etwas über 25 Jahre. Und im Laufe dieser Zeit habe ich es tatsächlich geschafft, eine Antwort für mich darauf zu finden. Und diese Antwort möchte ich mit euch in diesem Video teilen. Und ganz zum Ende, nachdem ich euch die vier essentiellen Erkenntnisse meiner Reise hin zur Gesellschaft, heraus aus der Einsamkeit und Verbitterung mit euch geteilt habe, habe ich auch noch etwas ganz Besonderes für alle unter euch, die sagen, hey Tom, ich habe mich in den letzten Jahren so viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, zum Beispiel über YouTube-Videos. Und jetzt erkenne ich, nachdem ich mich persönlich weiterentwickelt habe, dass ich mit niemandem der blinden und unreflektierten Menschen aus der Gesellschaft noch irgendetwas zu tun habe. Jetzt, nach der Persönlichkeitsentwicklung, bin ich erst richtig einsam. Ja, auch für diese Leute habe ich am Ende dieses Videos noch die Antwort auf ihre Probleme und Fragen. Ja, ich will ganz ehrlich sein. Ich habe gerade schon gesagt, 25 Jahre oder sogar ein bisschen länger. Ich bin jetzt 36. Meine erste Depression im Hinblick auf meine lieben Mitmenschen habe ich so im Alter von 10 bekommen. Ja, das erste Mal richtig die Krise kriegen. Ja, im Laufe dieser Zeit, die ich mich damit schon beschäftige, habe ich mich als Mensch natürlich persönlich sehr verändert. Und deswegen ist diese Antwort, die ich final oder mehr oder weniger final heute für mich auf diese Frage gefunden habe und mit euch teilen möchte, auch eine andere Antwort, als ich sie vor 25 Jahren gegeben hätte. Vor 25 Jahren wäre meine Antwort schlicht und ergreifend die gewesen. Ich bzw. wir sind alle verloren. Die Apokalypse ist nahe. Man kann der dummen Menschheit nicht mehr helfen. Und ich bin zu Elender, ewiger Einsamkeit. Verdammt, ja. Und ich glaube, dass das der Punkt ist, an dem ganz, ganz viele von euch, meinen lieben Zuschauern, auch im Hier und Jetzt noch stehen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir natürlich in Betracht ziehen, dass wir uns auch persönlich weiterentwickeln müssen. Wenn ihr euch jetzt, sage ich einmal, ertappt davon fühlt, dass ihr im Hinblick auf diese Betrachtungsweise und dieses Problem an dem Stand seid, wo ich früher, vor vielen, vielen Jahren, bis Jahrzehnten gewesen bin. Und deswegen werden die folgenden vier Punkte, die ich jetzt mit euch durchgehe, auch Punkte sein, die sich vorwiegend mit sich selbst und der Betrachtungsweise, die man selber auf die Welt und die Gesellschaft hat, beziehen bzw. damit beschäftigen. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Tom, hau raus deine vier Punkte. Spann uns nicht auf die Folter. Wir sind hier, um Antworten zu bekommen und nicht, um dir beim Labern zuzuhören. Okay, okay. Also, Punkt Nummer eins. Ich musste irgendwann lernen, Basic Info, bin ich ganz ehrlich, ich musste irgendwann lernen, dass nicht alle Menschen für alles taugen. Mit den einen kann ich vielleicht gut quatschen, aber nur ganz, ganz schlecht Party machen. Mit einer anderen Person, das sind dann meistens die, wenn wir selber noch depressiv und schwermütig drauf sind, die wir, ja, ein bisschen verachten, mit denen kann ich besser Party machen, aber vielleicht nicht quatschen. Vielleicht keinen Deep Talk machen, okay. Aber alleine die Tatsache, dass ich mich weiterentwickelt habe im Laufe der Zeit und heute jemand bin, der es durchaus zu schätzen weiß, auch mal auf eine Party zu gehen und natürlich dann auch entsprechende Leute gerne dabei habe, Ich kann inzwischen beide, ja, beide, wie soll ich das sagen, beide Persönlichkeiten, beide Arten von Mitmenschen sehr, sehr schätzen. Es ist aber ganz wichtig, dass ich auch erkennen musste, dass nicht jeder eben alles erfüllen kann. Wenn ich diesen Anspruch habe, und nochmal, das ist ein falscher Anspruch, dann werde ich jeden irgendwie doof finden, weil jeder nicht die Eier legende Wollmilchsau ist, die ich mir vielleicht eigentlich wünsche. Deswegen ist es ganz wichtig, sich klarzumachen, dass es unmöglich ist, dass jeder für alles taugt. Niemand ist für alle Lebenslagen immer der richtige Ansprechpartner. Das kann er übrigens auch nicht, weil Feiern und gute Laune und kritisch oder vielleicht sogar depressiv über die Welt grübeln, das schließt sich teilweise sogar ein bisschen aus. Und wenn ich das aber so sehe, erkenne ich plötzlich ganz, ganz viele Menschen, auf die ich zurückgreifen kann in meinem Umfeld, immer in der spezifischen Situation und Lebenslage, in der ich mich gerade befinde. Okay, ganz wichtig. Also, den Blick oder das, ja, das Blickfeld auf die Menschen dahingehend erweitern. Nicht den Anspruch an die Menschen zu haben, dass sie für uns die Eier legende Wollmilchsau in jeder Lebenslage darstellen. Und wenn sie das nicht tun, dann sind sie auch keine guten Freunde. Ganz wichtig, hier ein Update vorzunehmen. Ja, Punkt 2. Schwierig. Schwierig. Das Gute zu versuchen, im Menschen zu sehen. Und bevor ihr mich jetzt hier mit faulen Tomaten und Eiern bewerft, so nach dem Motto, ja, Tom, du bist ja lustig. Wenn es das Gute im Menschen überhaupt geben würde, dann würde ich das ja sehen. Ja, dahingehend möchte ich euch ganz klar sagen, gerade die Menschen, die noch so diese, ja, diese depressiven Strukturen in sich selber haben, ja, die auch viel mieses Zeug erlebt haben, so wie ich, meine ganze Biografie ist gepflastert von Traumatisierungen, Abwertungen, Ausgrenzung, Niederschlägen, ja, okay, ganz wichtig zu verstehen, dann bekommt man eine Art Bias, das heißt eine verzerrte Wahrnehmung auf die Dinge und natürlich auch auf andere Menschen. So wie derjenige, der schwanger ist, auch überall andere schwangere Personen sehen wird, was einem vorher gar nicht aufgefallen ist. Ja, und so ist es leider auch, wenn wir viel Mist erlebt haben, dass wir eine Neigung dazu haben, das Schlechte in anderen Menschen schneller zu sehen als das Gute und zudem auch noch mehr zu gewichten. Objektiv gesehen ist es allerdings unzulässig, das ist meine philosophische Perspektive auf die Sache, das Schlechte höher oder krasser zu werten, dem mehr Gewicht zu geben als dem Guten. Schon alleine aus dem Grund, dass wir uns fragen müssen, gibt es das Schlechte überhaupt oder ist das Schlechte in Wahrheit nur die Abwesenheit des Guten? Das ist ein ganz interessanter Satz, über den darf man mal nachdenken, denn wenn man das so betrachtet und sagt, boah, da kann ich mitgehen, da würde man dann ja sogar das Gute im Menschen mehr gewichten als das Schlechte. Okay, das ist ganz wichtig zu verstehen. Ich will hier niemanden eine Sichtweise aufzwingen, nur zur persönlichen Reflexion vielleicht für sich was mitnehmen, ansonsten einfach verwerfen, was ich euch hier erzähle. Aber es ist sehr wichtig, zu versuchen, das Gute, zu versuchen, das Gute im Menschen zu erkennen, wenn ich weiß, von meinem psychologischen Basiswissen her schon, dass wenn ich traumatisiert bin, dass wenn ich depressiv bin, dass wenn ich viel Mist durchhabe, ich immer eine Neigung dazu habe, eher das Schlechte zu sehen. Denn das ist ja auch dann eben eine verzerrte Wahrnehmung. Und das muss ich versuchen, dadurch eben zu entzerren, dass ich bewusst den Fokus auch auf die positiven Dinge im Menschen lege. Und das wird dazu führen, dass ich feststelle, aha, es gibt ja doch Menschen in der Gesellschaft, mit denen es sich lohnt abzuhängen, was ich vielleicht vorher gar nicht gesehen habe. Und da wären wir auch wieder bei Punkt 1, eben den Blick auf die Gesellschaft korrigieren und dann in diesem Sinne auch erweitern. Ganz wichtig zu verstehen. Punkt 3, was ich für mich gelernt habe als Skill. Die Ausgangsfrage dieses Videos. Was soll ich machen, wenn ich die Menschen alle hasse, aber gleichzeitig einsam bin? Ja, da diese Frage für mich zu beantworten beziehungsweise rauszukommen aus dieser scheinbaren Sackgasse, Endstation Real Life. Mich selber hinterfragen. Ja, das ist ganz essentiell. Natürlich auch wieder im Hinblick, dass ich überhaupt diese ganzen Standpunkte, die ich euch hier vermitteln möchte, die ich euch anbieten möchte, entwickeln konnte, weil ich mich selber weiterentwickelt habe. Ich habe da für mich herausgefunden, dass es da eine Intervention gibt, die bei mir im positiven Sinne eine paradoxe Wirkung hat. Das muss nicht bei anderen Leuten so sein und das muss auch nicht bei jedem Problemchen, das man hat, so sein, aber bei vielen Fällen funktioniert es. Und zwar, passt auf, Wenn ich mich wegen irgendetwas sehr schlecht fühle oder weil ich mich eben als Misanthropen sehe, also als Menschenfeind, sage ich einmal, dann gehe ich manchmal ins Internet und lese mir die klagenden, depressiven, niedergeschlagenen Berichte vor, Berichte durch zum Beispiel in irgendwelchen Internetforen von Leuten, denen es ähnlich geht wie mir. Und wenn ich das tue, deswegen sage ich paradoxe Wirkung, zieht mich das nicht weiter runter und bestätigt mich nicht weiter in meiner Ansicht, sondern dadurch, dass ich mir dieses, ich formuliere das jetzt bewusst ein bisschen böse, dieses Gejammere von Leuten anhöre, die das gleiche Problem und die gleiche Weltsicht haben wie ich, da fällt mir dann auf, wie verzerrt das eigentlich ist. Ja, wie viel negativer diese Menschen sich und die ganze Welt sehen, dass das, weil ich ja jetzt der Beobachter von außen bin, bei jemandem, der ähnlich ist wie ich, kann ich ganz neue Dinge plötzlich sehen und erkennen und mir fällt dann auf, oh ja, mein Gott, der jammert ja total viel, das ist ja total übertrieben, der sieht ja alles viel schlechter, als es ist und erkenne aber gleichzeitig natürlich auch Parallelen zu meinem eigenen verkorksten Denken. Das ist ein Megaskill, wenn er bei euch funktioniert, probiert das mal aus. Ich kann euch eins sagen, wenn ich wegen bestimmter spezifischer Lebensprobleme, und sei es auch Menschenhass, richtig mies drauf bin, dann gebe ich mir das, da hänge ich mich ans Handy und lese mal eine Stunde lang so ein Zeug und hinterher geht es mir ganz häufig besser. Dann sehe ich die Welt plötzlich mit ganz neuen Augen und denke mir, hey, wow, eigentlich, du siehst das alles voll übertrieben und es gibt Chancen, es gibt Perspektiven und das bringt mir ganz, ganz viel und das hilft einem natürlich auch die eigene sehr negative Weltsicht und Menschensicht, insbesondere hier geht es ja in diesem Video darum und die eigene Aussichtslosigkeit. Es ist aussichtslos, ich bin einsam, ich werde für immer alleine bleiben, nicht mehr ganz so negativ zu sehen, neue Perspektiven zu entwickeln. Bei mir persönlich funktioniert es. Ja, und dann möchte ich euch in diesem Video noch meine vierte finale Erkenntnis im Hinblick auf die Fragestellung, die wir hier besprechen, mitgeben. Ganz kurz vorab noch der Hinweis, wenn du sagst, hey, das, was der Mann im Video in diesem Video erzählt hat, das hat mich abgeholt. Ich fühle mich jetzt hier verstanden. Da ist auch ein Typ, der malt das ganze Leben und die Gesellschaft nicht einfach nur schöner, als es ist. Ja, das ist nicht so ein Sunnyboy, der nur toxisch-positiv an die Sachen rangeht, sondern der bespricht die Sachen wirklich based. Ja, der ist realistic, der holt mich ab. Dann abonniere gerne diesen Kanal und wenn du eine persönliche Beratung von mir möchtest und glaubst, ich könnte dir auf deinem Lebensweg weiterhelfen, dann kannst du eine solche Beratung, wenn es zwischen uns beiden passt, auch über meine Homepage buchen. Da findest du einen Link zu in der Videobeschreibung. Ja, aber was ist meine finale Erkenntnis? Passt auf. Meine finale Erkenntnis ist die, dass wenn ich unter der maximalen Vielfältigkeit der Menschen auf unserem Planeten, und das sind 8 Milliarden Menschen, okay, das sind echt viele, wenn da jahrelang keiner bei ist, mit dem ich irgendwie kompatibel bin, in dem Sinne, dass ich eine tragfähige Beziehung aufbauen kann, und sei es auch nur, weil ich das nicht will, oder die anderen das nicht mit mir wollen, dann, und das ist eine erstmal bittere Erkenntnis, aber es ist auch eine Erkenntnis, die einen Lichtblick mit sich bringt, ist das nicht der Fall, weil die anderen alle beziehungsgestört sind, sondern weil ich diesbezüglich ein Problem habe. Ich habe dann ein Problem, was meine Beziehungsfähigkeit und Beziehungskompetenz anbelangt. Ja, das klingt hart, ist aber so, und wenn wir da ein bisschen länger drüber reflektieren, bin ich mir sehr sicher, dass zumindest viele meiner Zuschauer da mir auch beipflichten werden. Wir nehmen ja nur alles das, was ich jetzt in den ersten drei Punkten hier aufgezählt habe, dass wir ja auch zugeben müssen, ja, wir haben diese negative Sicht auf die Dinge, ja, wir wollen eigentlich die Eier legende Wollmichsau, ja, wir glauben, alle Menschen sind schlecht, aber denken von uns eventuell, wir sind besser als andere, wow, oder wir lesen im Internet halt Leute, die eigentlich sind so wie wir und stellen dann fest, naja, der übertreibt ja voll, also übertreibe ich ja vielleicht eigentlich auch, ja, dann müssen wir feststellen, vielleicht liegt es zu weiten Teilen an uns selbst. Ich will damit nicht sagen, ganz wichtig, weil ich weiß, solche Sätze triggern natürlich jetzt Menschen und Zuschauer, euch an, die selber viel leid, Mobbing-Ausgrenzung, hey, das habe ich auch erlebt, das hat mich sogar in die geschlossene Psychiatrie gebracht als Jugendlicher, okay, ganz wichtig, das heißt, ich bin da kein unbeschriebenes Blatt, ich weiß, wie es ist, richtig hart mit dem Kopf in der Toilette abgespült zu werden, wirklich, okay, ich weiß das, ja, aber, und das ist auch ganz wichtig, Traumatisierungen reduzieren die Beziehungsfähigkeit eines Menschen und sei es auch nur, weil er immer weniger entspannter wird, weil er gar nicht mehr offen ist für Neues, für andere Menschen, ja, okay, ganz wichtig zu verstehen, weil wir Angststörungen, weil wir Bindungsstörungen entwickeln und das heißt also, wenn du viel Unrecht erfahren hast, dann bestätigt das eigentlich sogar noch die Theorie oder meine These hier, dass wir selber, also du und ich in der Vergangenheit und, naja, bin ich heute 100% intakt, intakt, nein, natürlich nicht, immer noch zum Teil natürlich selber eine reduzierte Bindungsfähigkeit und dass das eigentlich das Problem ist, weil nochmal, Ausgangspunkt, Punkt 4, meine finale Erkenntnis, wir ja eigentlich eine unendliche Anzahl von Leuten in unserer Umgebung haben und wenn da nirgendwo einer dabei ist, dann ist eigentlich die Erkenntnis zwingend, dass nur wir das Problem sein können oder zumindestens, ja, wir sind nur das Problem, wenn wir nirgendwo jemanden finden, sei es nicht, dass von den vielen tatsächlich existierenden Menschen nicht einige oder vielleicht sogar viele, ja, Vollspinner drunter sind, ja, aber wenn wir nirgendwo jemanden finden, dann ist es ganz wichtig, bei uns anzusetzen und wenn wir dann vor allen Dingen auch die Punkte beachten, die ich hier zuvor gesagt habe, dann bringt uns das die Kraft und das ist jetzt der Lichtblick, weil die Welt um uns herum, unser Umfeld können wir ja sowieso nicht verändern, aber uns, dann gibt uns das die Möglichkeit, an uns zu arbeiten und durch die Arbeit an uns werden wir plötzlich besser mit unseren Mitmenschen zurechtkommen, obwohl wir hoffentlich noch am Anfang dieses Videos und jetzt wenigstens nicht mehr ganz so krass zu vorher die Schuld in Häkchen oder ja, das Problem nur bei den anderen gesehen haben. Ja, das wäre meine Beantwortung der Frage von jemandem, der sich 25 Jahre damit beschäftigt hat und von der Pike auf ja, seinen Weg selber gehen musste, müssen wir fairerweise sagen und der heutzutage ein gutes soziales Umfeld hat von fähigen Leuten, intelligenten Leuten, auch lustigen Leuten, mit denen ich feiern kann, auch Leuten, mit denen ich über schwierige Sachen sprechen kann, die mir weiterhelfen, okay, die nicht toxisch sind, okay, ja, unglaublich, aber wahr, das geht. Ja, jetzt habe ich ganz am Anfang noch gesagt, ich habe hier noch ein ganz kleines Special für die Leute, die sagen, Tom, ich habe ganz viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht über YouTube-Videos, ich habe mir dieses ganze Coaching-Zeug auch reingezogen und jetzt bin ich so erleuchtet, ich formuliere ein bisschen provokant, ich bin jetzt so erleuchtet, dass ich aber feststelle, jetzt, wo ich mich weiterentwickelt habe, kann ich mit den ganzen unerleuchteten Leuten in der Gesellschaft nichts mehr anfangen, das heißt, durch die Persönlichkeitsentwicklung bin ich zum einsamen Wolf geworden, ja, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir das vielleicht gekniffen mit der Persönlichkeitsentwicklung oder eine Facette davon ist auch, ja, das ist ja wohl ein notwendiges Übel, als persönlichkeitsentwickelter Mensch ganz alleine sein zu müssen, wie hat Schopenhauer mal gesagt, der Adler horstet in der Höhe allein, ich glaube, das war sogar das genaue Zitat, fragt mich aber nicht aus welchem Buch, der Adler horstet in der Höhe allein, ja, nee, ich habe festgestellt, dass es auch nicht zwingend so, auch nicht als persönlichkeitsentwickelter Mensch und da habe ich die Antwort genau für die Leute, die passende Antwort für genau diese Leute, jetzt in meiner speziellen, für euch rausgesuchten Videoempfehlung, für euch zu meiner Rechten und zu eurer Linken, hier in der oberen Endcard, und eine Playlist für euch, diese Videoempfehlung für die persönlichkeitsentwickelten einsamen Wölfe, oben die Endcard, da jetzt draufklicken und sofort zu diesem Video kommen und die Antwort kriegen für euer Problem. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, werdet von Herzen gerne Kanalmitglied, ansonsten haltet die Ohren steif, lasst euch nicht unterkriegen und ich hoffe, dass wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.